Das Ende des Kurses ist jetzt ja ungefähr anderthalb Monate her und ich würde gerne nochmal wissen, ob sich irgendwas in eurer Beziehung seitdem positiv verändert hat. Gibt es was, was sich positiv verändert hat bei euch in den letzten anderthalb Monaten seitdem? Also ich würde sagen, unsere Beziehung war noch nie so schön wie jetzt gerade. Wirklich? Ja, wir sind jetzt zehn Jahre zusammen. Ja genau, wir feiern unser Zehnjähriges im Sommer und es ist wirklich eine Qualität von Liebe, von Wertschätzung, von Füreinander, Dasein, sich unterstützen wollen, von die Themen aussprechen, die uns beschäftigen. Und so ganz viel, es ist so eine Mischung aus die prickelnde Anfangszeit und die schöne, tiefe Liebe, die nur durch Jahre zusammen sein quasi entstehen kann. Toll. Super, das freut mich echt für euch, sehr schön. Ja, ich mich auch. Ja, danke dir fürs Teilen. Gerne. Es hat echt super gut, dieser Kurs. Ich fand es richtig schön und ich fand es echt bereichernd und es hatte so eine Qualität, die ich vorher auch echt noch nicht kannte von innerer Kindarbeit. Davor kannte ich es echt immer nur vor Ort, visuell und das online, da bin ich mit so einer Einstellung reingegangen, okay, mal gucken, so. Wird sicherlich gut, aber mal gucken, wie das in meinem System und Körper ankommen kann. Das hat doch eine andere Form ist, aber ich war echt super begeistert davon, wie gut das geklappt hat, trotz dieser sozusagen Distanz. Wie schön das eigentlich war, dass ich in gewisser Weise noch viel besser mit mir selber im Kontakt war, da das wirklich immer mit mir alleine im Raum war. Und sonst kenne ich Gruppenarbeiten, das hat auch natürlich total die Qualität für sich, aber dann bin ich auch viel mehr, würde ich fast sagen, mit den anderen, also so mehr so, oh, da gibt es noch das und da gibt es das. Also so ein bisschen ein Stück weit wieder ein bisschen weiter weg von mir, deswegen fand ich das echt sehr bereichernd, auch diese Form mal zu erleben. Es lohnt sich natürlich, die Aufnahmen zu haben, dass ich sie mir auch nochmal anhören kann, dass ich mich selber auch hören kann, ist toll, dich hören kann, die theoretischen Inhalte, die Grunddynamik, also ich fand es echt richtig klasse. Schön. Ja, danke für die Rückmeldung. Ja, ja. Wann geht denn der nächste Kurs los? Schon am Samstag. Oh, wow.